Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. In einigen Bundesländern ist das ein bisschen fairer gelöst, wobei das hier in Schleswig-Holstein mittlerweile auch so ein bisschen anfängt. Da ist es so, dass der Makler in der Regel so 3,47 Prozent in Rechnung stellt. Jetzt meinen die meisten wieder, nur weil sie es nicht sehen, kostet der Makler plötzlich nur noch die Hälfte. Ne, das ist nicht so. Der kriegt die andere Hälfte vom Verkäufer. Ja, ich habe für Schwaben als Kunde gesagt, in Bayern zahle ich nur 3,47 Prozent. Ich so, ja und der Verkäufer auch. Ja, also es ist irgendwie in Zeiten von Geils ist geil, meinen irgendwie alle, sie kriegen alles umsonst. Ja, auch bei der Bank bezahlen sie. Da sehen sie es nur nicht. Ja, und dann, ja, das ist, es gibt nichts umsonst. Ja, und wenn sie bei Mercedes ein Auto kaufen, dann kriegen sie den auch nicht umsonst. Da kriegt der Händler 21,5 Prozent. Aber es wird nicht separat ausgewiesen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss. Vielen Dank.